Moin moin Leute und willkommen zurück zu Let's Play Together Borderlands an einer etwas anderen Stelle als wir letztes Mal waren, denn wie soll ich das erklären, ich war einfach nur ziemlich doof und hab mir eine Festplatte volllaufen lassen und deshalb habt ihr jetzt 1,5 Level verpasst. Hey schreibe nicht dazwischen. Ich bin dir gerade am was erklären. Also Leute, ihr habt ungefähr 1,5 Level verpasst und das einzige was wir quasi gemacht haben, nachdem wir Mo und Marley dann umgelegt haben, sie haben übrigens nichts gutes fallen gelassen war eine Quest zu Beginn, bei der wir Edelstände sammeln müssen und ich glaub, ja, Schockristalle. Haben wir eh erst 25, das heißt viel habt ihr nicht verpasst, ihr seht sowieso, was wir danach gemacht haben. Wir haben euch quasi auf die Art Langeweile erspart. Seht den positiven Aspekt der Geschichte. Jo, hau mal rein. Ich würd' nicht gern vorrennen als Sniper. Och, warum? Ist doch genau dein Ding. Jetzt mach wieder deinen Schrei an und hau sie kaputt. Ja ne, jetzt geht das ja nicht. Mach Dönade aus. Ist das normal, dass ich den mit 6k krette? Wenn du auf den Kopf schießt, denk ich mal schon. Ja, aber 6k... Vorschild an euch. Ich muss sagen, dass dieses Sniper ja verdammt gut ist. Chris Speer ja noch ne besser. Ja, es kann aber sein, dass ich die Sniper irgendwo gefunden hab, wo es die anderen nicht gesehen haben, ich glaub schon. Hm. Egal, liebe Zuschauer, dann seht ihr jetzt die tolle Sniper. Das Positive ist jetzt irgendwie, wir können die Anfangskristalle wiederholen, müssen nicht ganz durch. Weil das echt extrem ist später, was hier noch alles... Wann da hinten nicht noch Waffenkisten? Ja, wieso nicht? Wir können auch komplett durchgehen und die Waffenkisten auch mitgehen. lassen uns ganz viel Scheiße bauen. Hehehehehehe. Ganz viel Scheiße bauen. Hehehehe. Immer gut. Kopfschmerzen in. Boah, Alter. Hehehehehe. Krabbenwurz. Ich seh nichts mehr, wenn ich auf die einen prügeln. Aber so langsam kommt mir die Sniperrolle und dann doch zu gut. Ich treff die Viecher und ich kann nicht von ihr einigermaßen unterstützen. Darf man im Facebox schlagen oder kostet das... Solltest du nicht machen. Dann gehst du aus dem Facebox raus. Korrekt. Achso. Du musst es nicht, wie du da raus gehen kannst. Doch, klar. Du bist selber, wenn du beim Gegner standen bist, dann einfach... Ne, ne, ich hab die nicht geschlagen. Kann man auch... Level Up. Boah, wie ein Level Up hat die Sau. Der jetzt der schnellste Leveler ist. Ah, oder meine Zeit kommt. Ich bin froh, dass sie mehr... Meine Zeit, wenn auch kommt. Dass sie mehr Level Up sich kriegt, dass sie mehr EP kriegt ihr. Ja. Doch. Nicht wirklich. Ich lese vor. Warte. Plus 8% Team Erfahrung. Und? Wenn ich die aufsammel, kriegen wir dann auch dazu. Das ist egal, wer die kurz alleine einsammelt. Na dann. Gott sei Dank. Das wird ziemlich beschissen werden. Alle machen nicht. Meine. Boah, Kiste zum Linian. Boah. Wo, 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 wo? Pisst euch. Pisst euch hier. Haut ab. Ich tue mal die Skull. Ich tue mal die Skull. Äh, die... Scheiße, Inventarsfall. Warte mal. Das ist ein Elementar-Ding. Ja, besser. Oh, toll. Warum geht ihr direkt aufs Milch los? Du schießt ihn ab und mich springt ihr direkt an. Na, Gedanken machen. Wie? Ich schmeiß das weg und Inventore ist immer noch voll? Was war das? Das tat ich mir immer auf. Warte. Fuck. 10-0. Vermöbel sie. Ich seh ja nicht, wo die Dinger sind. Ich loot einfach alles, während du sie tötest. Einverstanden? Das ist T-Mail. Schau mal da hoch, Mann. Wir müssen ja eigentlich schimpfen. Kristalle einsammeln, da müssen wir hin. Ja. Das ist gut. Du sollst ja auch nicht zu nah an die Kristalle dranschen, wenn du die kaputt machst, ja? Die machen ja so einen Schock, den können sie so dranschen, dann könnt ihr dich das unniefen. Ist nicht gut. Zumindest habe ich das von Erinnerung. Alter. Boah, das ist ein Robot. Wir brauchen Reparaturen-Kill. Einen Nachteil hat meine Sniper, ja. Ich brauche verdammt viel mehr Munition, um die effektiven Munzen zu klappen. Ich muss ja auf jeden Fall noch schicken. Headshot. Was war das jetzt? Du Dreckst doch, Mann. Boom. Der ist neben mich gelaufen und wegen seiner scheiß Elektro-Aura ist das Ding gesprengt. Der hat eine Güte erst im je gedacht. Boah. Überwärm. Der war noch bis zur Wachepiste. Ich muss ihm aufgeroben werden. Ach, du bist tot. Du bist nur. Ah, ich muss erst mal den Killer-Vanit hier vornehmen. Hab's nur geschafft. Ja, alternativ kann auch einfach so ein Mongo um die Ecke ran kommen und ihn unboxen. Es geht genauso. Wir sind zwei. Hier, dreifacher Brandschaden, Alter. Hol dir das. Boah, Ninjan, Ninjan. Helmet. Ui. Mal drei. Was habe ich? Mal zwei. Ja, gut. Ist besser. Eigentlich brauche ich den Talentpunkt gar nicht zu verteilen, weil ich eh gleich umskill. Hast du mal dich jetzt informiert, wie das funktioniert? Jo, jo. Ich muss an so einen Teil gehen, an so einen, ja, was weiß ich was. So eine Station, wo du früher belegen wirst. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass du an so einen Teil gehen kannst. Echt? So nütz. Vielleicht muss er ja auch zu einer Person gehen. Ja, nee. Wo du die Farbe ändern kannst. Steht ganz unten irgendwas für Spielpunkte zurücksetzt. Ich will Headshots machen. Alter. Drei Headshots hintereinander. Die Dinger stehen überall. Das weißt du schon. Ach, Alter. Die kannst du so umboxen, wenn du den Headers geübst. 800 pro Treffer. Das ist krass. Ja, beschütz mich mal. Ich seh nicht. Die hauen mich alle. Was ist das verdient? Du hast doch gar nix zu gebraucht. Kann man die überhaupt kritisch schleppen, während die das Schild drauf haben? Ja, klar. Und der Schild direkt runter. Munition. Ich brauche Sniper-Money, Jungs. Hat jemand von euch Sniper-Money, die ihr fallen lassen könnt? Man kann keine. Du kannst die aufzahlen, aber du kannst die nicht fallen lassen. Das ist das Problem. Boah, ich will die Sniper-Money. Mi, mi, mi. Das muss doch hier oben. Wie kommen wir denn da hoch? Außen rumlaufen. Haben wir mittlerweile alle? Ja, haben wir. Wir brauchen nur noch das Reparatur-Kit. Wo sind das? Das ist... Ja. Wir müssen jetzt quasi den ganzen Weg außen rumlaufen. Das ist sowas von Sniper-Money. Lauf mal rum. In den Arsch! In d' Gesicht! In d' Gesicht! Aber nur noch 6 Muni, das ist doch voll für den Arsch! Hilf mir! Oh mein Gott, bitte helfen! Scheiße, ich geh drauf. I am helping you! Ich geh out! Scrap-Nap! Scrap-Nap! Scrap! Uah! Und wie ist das... Elektrische Vieh ziemlich angepisst. Wie ist das denn hier denn? Oh, Alter, hier sind... Oh, Alter, kommen wir nicht durch. Ich bin vergessen. Wunderbar geworden. Nächstes Level! Krass! Boah! Boah, da hat mich grad irgendwas weggeschneiden. Schwamm-Chan! Oh mein Gott! Wieso bin ich eigentlich als Hunter vorne? Aber ich... Fuck das mit mich! Fuck das mit mich! Fuck das mit dich selbst! Genau, du bist ja der Vorräumt! Wieso benutze ich meinen verdammten Feigen nicht? Kann mir das jemand verraten? Weil er schwul ist! Ich bin dumm ohne Witz! Ich bin einfach nur total hirnlos! Der erste Weg zur Bösehung! So benutze ich was nicht, wenn ich was benutzen kann! Und dann hab ich grad Sniper-Riff-Immoni gefunden! Oh Gott, Alter! Weih! Alter, jetzt mal ernsthaft! Herz mir mal! Mich war's das jetzt, glaub ich! Beweg dich! Wo liegst du, Alter? Oben! Ey, Alter! Ja, da komm ich glaub ich nicht mehr an! Ich hab's noch geschafft! Geht's halt jetzt! Boah, Alter! Kleiner Mini-Zie-Shot! Er sprengt sich, oder? Ne, ich bin nicht! Alter! So ein Killer-Bandite! Ich hab keine Sniper-Riff-Immoni mehr! Komm, steh auf! Ach! Das ist echt die Premieren! Der letzte Weg total! Ich hab's endlich geschafft, da durchzukommen! Ich muss noch gucken, dass er noch ein Hard-Block-Kit war! Wo soll das sein? Die Augen um! Liegt da bestimmt bestimmt irgendwo! Ja, ich seh das Grüne schon mal hier oben! Ah, hier, Schaps! Okay! Krill! Boah, Alter! Wo die alle! Wo die alle! Wo die alle! Oh! Das war wiederum zu viel Spitter! Sind sie down? Nein! I need a Rass! Oh! Oh, nach klar! Hebt nicht! I need a Rass! Thank you! For your Rass! Find wo eure Macht hat dann! You are very, very, very nice! Ich wollt' sagen, very nice! Aber... Ich muss mal von Borrow, für mich schade! Okay, das mach ich! Oh, du bist geworfen! Nö, ich drücke mich hinter die Wand! Ich drücke mich hinter die Wand! Ich drücke dich doch! Was renne ich denn so schnell? Ach, sie hätte wetten können! Wasch, geh ab, Alter! I need a Rass! Please, Rass me! Ja, hier ist dein Problem! Ich hau ab! Please, Rass me, dude! No! I really need your help, you know? Ja! Hey, du hast die Kinder getötet! Alter, ich kann dich nicht heilen! Ich kann dich nicht heilen! Ah, jetzt! Cool! Steiger-Trage-Kapazität! Weee! Nicht das nochmal zu machen! Haben wir grad bekommen, oder was? Von dir will ich doch immer gerettet werden! Uh, Skandinia! Nee, hab ich nicht bekommen! Ich hab nur noch 13 Lots! Nee, ich kann nur 13 Lots! Du solltest du auch erst mal benutzen, wenn du so am... Du musst erst mal ausrüsten! Oh! Ich hab zwei Invertar-Upgrade, lol! Ich bin doch eigentlich... Oh! Ich kenne die ganze Zeit immer mit... mit Dings rum! Boah, das kann ich noch mehr in die hier! Geil! Das ist ja der Hammer! Der liegt was Blaues rum! Das kann man verkaufen! Ähm, da müssen wir gar nicht mehr lang, wir müssen zurück! Ich hab das Ding schon dann geholt da rum! Hier oben liegt noch Muni rum! Muni, Muni, Muni! Ganz viel Muni! Nicht für mich! Boah! Kann ich alle nicht benutzen! Ohhhh! Arms putt putt! Aus irgendeiner unerklärlichen Grund renne ich verdammt schnell! Ihr seid schon viel viel weiter als ich! Ich hab noch gesagt! Ach, ihr seid da runter gehüpft und weiter gegangen! Ja! Nur die Harten kommen gar! Also du hörst echt viel zu, also... Muss man sagen, ne? Ja! Ich muss wieder Muni kaufen! Jo, ich würde sagen, erst mal Munition kaufen gehen! Dann kann ich schon umskillen! Erstmal wieder ein derbes Derby! Hm? Man weiß noch mal wieder ein derbes Derby! Wir können die Arena-Quest weitermachen! Stimmt! Mh, warte mal, die ist für Level... Die war da für 21! 18 war da! Ja, 18! Joa, du dürft mal schaffen! Ich geh mal vor... Wo sind die Muni-Automaten? Ja, die geh mal jetzt vor... Verdammt! Ich bin wieder mal im Swordarm sitzen hier! Bam! Boah, ich geh mal Cyrox-Lol! In dein Auto! Der Pink Power Ranger geht ab! Die... 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 die hieß doch... Kimberley oder so, oder was? Der Gelbe, irgendwie sowas! Scheiße! Stimmt! Die Pinke war ja weiblich! Das war gar nicht Tommy! Der Rote war der! Wäre der der Grüne oder der Silberne? Oder der Rote? Du bist natürlich der Pinke! Aber das gab's dann nicht immer unterschiedliche? Also in den Anfangs- Der Grüne oder der Silberne war Tommy! Das schwör ich bei Gott! Ich weiß es! Irgendeiner von den drei war Tommy! Ich glaub es war der... Der Langenhahn! Ja, aber nicht der Rosane! Der Rosane war Kimberley! Oder Ashley! Oder sowas was! Alter, das fährt einfach weiter! Ich fahr gar nicht mehr! Oder einfach irgendeine Frau! Oh! Oh, geil! Ich hab jetzt nen... Schock-Artefakt bekommen! Was habt ihr bekommen? Ähm... Vielleicht dasselbe? Ich hab auch nen Schock-Artefakt bekommen, das verkaufe ich jetzt! Das ist schon attraktiert und kann nicht dagegen tun! Nee, das kannst du lernen! Und man kann halt verschiedene Artefakte auswählen! Das kann ich zum Beispiel durch einen Brand und du solltest du nicht bekommen! Solltest du nicht bekommen! Solltest du mir mal helfen, ist Dacke hier! Das ist kein Problem! Ach, kann man doch auch Levels dazu bekommen? Helf mir! Ist Dacke! Ah, da unten steht sogar! Kosten 2900 Dollar! Jaja, von wem kostenfrei am Sack? Egal! 13-Sgeldpunkte! 13-Sgeldpunkte! 13-Spreu und 200-Sager! Tom, komm mal her! Ja! Gleich! Schock-Artefakten! Ich hab volles Bedürfnis, das zu verkaufen! Aber wein! Weiter, was Strom Schaden macht, gell? Jo! Ja, man kann ja mehrere Artefakte aus dem Tychstein stacken, ne? Alter! Ich kann was skillen, dass wenn ich im Berserker-Modus-Mobs zu Klump prügel, die Geld droppen! Brauchst du nicht! Ist das nicht mal geil? Ich hätte gern noch ne größere Magazin, du weißt du! Kannst du ja auch kaufen! Jo, klar! Aber ne, kann ich nicht! Doch doch! Das ist zu teuer! Ja, das ist was anderes! Ne, ich mein, es ist nicht zu teuer, aber es geht nicht! Du brauchst ein Schock-Artefakten! Ach so meinst du das! Schwingt das bei der Sirene was, oder ist das Brand-Artefakten besser? Ich mach nicht Schock-Artefakten! Ich mach nicht Schock-Artefakten! Ich mach nicht Schock-Artefakten! Kann ich denn als End-Skill vom Bloodwing machen, dass er 10 Ziele angreift, oder wie? Hast du echt so ein Name oder hast du echt Bock? Weißt du? Will ich jetzt nicht ausschmücken! Ich lauf schon mal los, gell! Syrox-Loll ist auch nicht viel besser! Genau, Mann! Aber Dark-Artefakten! Slayer! Slayer! Du bist Hunter! Warum hast du dich nicht direkt xxxx Legolas xxxx genannt? Das ist eigentlich ne gute Idee für meinen nächsten Hunter! So nenn ich mich! Nein! Ich nenn mich irgendwann Knife oder sowas! Weil ich eine Melee-Waffe bin! Ich mach ja nichts! Warte! Wer sagt denn hier eigentlich genannt? Warte mal kurz! Wir haben zum einen noch Quests bei dem Quest-Brett! Soll ich die mal annehmen? Wie? Hast du Quests? Schnitzel, ja! Combat-Waffe! So! Ich tu mich jetzt unbenennen hier an diesem Schalter! Kannst du nicht! Der unbenenn... Das unbenennen ist wirklich jetzt für das Dings da! Für den Self-State, wenn du jetzt ein Singleplayer spielst! Geht hier nicht! Das ist der Port! Ich nenn den jetzt xx Legolas xx! So! So macht man das, Junge! Ihr solltet euch mal Mediampunkten! Und steht immer noch Dark Hell Slayer, gell? Nur so nebenbei! Das ist nur Wayne! Ja, mein Freund! Alter! Ihr tupft mich heute auf Duelle zu machen! Nimm mal an jetzt! Nimm mal an jetzt! Keiner macht hier Duelle! Ah, geh weg von mir! Nicht zuo lange der Schwamm hier ist! Nicht zuo lang der Schwamm da ist! Geh weg von mir! Arschgeleckt! Verdammt! Niggyo!